Yo Leute, was geht ab? Und da ist auch schon wieder euer DGD-Doktor am Start. Ja Freunde, ich habe mir schon seit längerem Gedanken gemacht und zwar über ein ganz gewisses Thema. Wer von euch vielleicht schon mal so Grip-Motor-Magazin geguckt hat und so, der wird sich mit Sicherheit bei der einen oder anderen Szene gefragt haben, wie die das denn so mit dem Ton hinkriegen, dass man von außen Aufnahmen sieht und quasi den Ton exakt von innen wahrnehmen kann. Und da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Wenn man jetzt mit so einer Action-Cam von innen filmt, dann ist es ja normalerweise so, dass man hier so einen kleinen Ständer hat, wo man die drauf macht und dann von innen filmt und dann auch von innen den Ton hat. Ist ja logisch. Aber das Problem dabei ist halt, man kann immer nur eine Perspektive filmen. Das heißt also, ihr filmt entweder euch oder ihr dreht die Action-Cam rum und filmt nach draußen. Oder ihr positioniert die irgendwo draußen, aber dann könnt ihr euch nicht filmen. Und dann habt ihr natürlich auch keinen Ton von innen. Was ich mir jetzt überlegt habe, und das habe ich schon bei mehreren Videos gesehen, das ist, dass die Kamera draußen auf der Motorhaube platziert ist, aber trotzdem der Ton eins zu eins ohne Windgeräusche von innen von der Unterhaltung kommt. Und das hat halt den Vorteil, dass wir nicht nur eine Perspektive haben, weil wenn wir draußen auf der Motorhaube sind, dann haben wir ja viel mehr Perspektiven vom Umfeld. Wir sehen, wo fährt das Auto lang. Wir haben trotzdem einen Blick durch die Windschutzscheibe auf die dementsprechenden Personen und wir haben einen wunderbaren Ton von innen. Und wie das funktioniert, das werde ich euch in diesem Video mal zeigen und erklären. Ich würde sagen, nicht lang schnacken, Kopf im Nacken und los geht's. So, hier nochmal zum Vergleich, das wäre jetzt die normale Perspektive einer Actioncam, die im Auto angebracht ist. Ziemlich langweilig, ja, man kann vielleicht ein bisschen durch die Fenster gucken. Das war es dann aber auch schon gewesen. Ja, und wenn wir das Ganze uns jetzt mal von draußen betrachten, dann sieht das nämlich schon ein bisschen anders aus. Jetzt bin ich draußen vor meinem Auto und ihr könnt euch schon denken, was ich vorhabe. Nämlich, ich werde jetzt die Kamera genau hier auf der Motorhaube platzieren. Das Problem ist nur, wie bekomme ich den Ton nach innen? Und da gibt es einen kleinen Lifehack, den ich euch jetzt mal zeigen werde. Nämlich zum Beispiel ein Funkmikrofon. Wir werden das Ganze jetzt mal zusammen anbringen. Zusätzlich werde ich noch eine zweite Perspektive von innen filmen. Und was man dafür alles braucht, das erkläre ich euch in diesem Video. So, was brauchen wir jetzt, um diesen Lifehack quasi mal durchzuführen? Wir brauchen eine Osmo Action in so einem Gehäuse hier. Kriegt man überall bei Amazon. Und dann brauchen wir zusätzlich noch eine Osmo Action hier mit dem Funkmikrofonadapter. Den seht ihr hier an der Seite. Und dieses Gestell. Zusätzlich natürlich wie immer ganz ratsam hier noch dieses doppelseitige Gelklebeband, was sich immer durch seine guten Adhesionseigenschaften auszeichnet und was auch relativ preisgünstig ist und wirklich auch rückstandslos später wieder entfernt werden kann. Das hier ist quasi das Mikrofon, was wir später mit der Osmo Action verbinden werden. Ich habe jetzt hier eins von Rode. Das ist das Wireless Go. Das ist sehr zu empfehlen. Ich habe da eigentlich gute Erfahrungen mitgemacht und eine Reichweite teilweise rausgeholt von bis zu 500 Metern. So, das Erste, was wir jetzt machen müssen, ich hoffe ihr seht mich und da ist kein Schatten, ist hier unten das doppelseitige Klebeband dran zu kleben. Ich habe hier schon eine gute Lage drunter, aber ist egal, doppelt hält besser. Ja, ja, darauf achten, dass das schön angepasst ist und dann ziehen wir hier dieses überschüssige Band ab. Dann gehen wir nach vorne zu unserer Motorhaube und kleben die Cam erstmal drauf. So, wichtig dabei ist natürlich ganz klar, die Kamera so zu positionieren, dass man auch später ein bisschen was vom Innenraum sieht. Also ich glaube, wir können hier schon noch ein bisschen höher gehen, so ungefähr in diese Richtung. Dann natürlich ganz wichtig, hier ein bisschen sauber machen, damit das Ganze auch gut klebt. So, und dann würde ich sagen, wir positionieren die schön mittig. So, auf der Motorhaube. Das hält schon mal fantastisch. So, dann werde ich die mal ausrichten, kurz anschalten hier. Und wir schauen mal, ja, wir haben Full HD, 60 Frames die Sekunde. Und ich gehe mal so ein bisschen hier in die Breite. Okay, Weitwinkel habe ich jetzt angestellt, damit wir auch einen schönen weiten Winkel haben und auch ein bisschen was von der Umgebung sehen können. Ja, und jetzt gehen wir natürlich her und schalten hier oben unser Mikrofon an. Stellen das Mikrofon auf, ja, Medium. Also es gibt ja drei verschiedene Modi beim Rode Wireless Go. Und Medium ist ganz gut, wenn man es nicht direkt hier, wie ich jetzt, am Kragen hat. So, die Kamera ist positioniert. Ihr könnt das sehen. Wunderbar. Und jetzt schalte ich zusätzlich noch hier meinen Empfänger ein, bis er blau leuchtet. Und normalerweise könnt ihr hier auch noch so eine tote Katze vormachen. Dann habt ihr nicht so krasse Windgeräusche. Aber im Auto drin haben wir sowieso keine Windgeräusche. Von daher ist das relativ. So sieht das Ganze von innen aus. Und normalerweise könnte man jetzt natürlich hergehen und das Mikrofon einfach hier postieren. und man hätte einen super Ton. Ich möchte aber noch eine zweite Perspektive haben. Das heißt, also ich möchte später zwischen diesen beiden Kameras hier hin und her schalten. Und deshalb positioniere ich jetzt hier noch eine zweite Action Cam. Jetzt werden natürlich einige sagen, hey Doc, ja Quatsch, warum nimmst du nicht direkt den Ton von der Kamera? Aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass man keine zwei Kameras besitzt, sondern nur die eine da vorne. Und ja, ich nehme die jetzt einfach zusätzlich dazu, um nochmal eine zweite Perspektive zu gewährleisten. Das könnt ihr natürlich machen, wenn ihr mehrere Kameras habt. Könnt ihr auch vier, fünf Kameras in so einem Auto verbauen. Gar kein Problem. Aber der Ton und die Audio kommt nur von dieser Kamera da vorne auf der Haube. Und damit es auch wirklich nicht zu Missverständnissen kommt, postiere ich jetzt das Mikrofon hier separat mit einem kleinen Klebestreifen, den ich da drunter gemacht habe. Ihr könnt sehen, das hält wunderbar. Und ihr seht auch, ich habe keinerlei Verbindung zu dieser Kamera. Dieses Mikrofon ist wirklich jetzt mit der Kamera da draußen verbunden und liefert mir quasi die Bilder von draußen und den Ton von drinnen. So, ich würde sagen, wir sind bereit. Ich werde die Kamera jetzt starten. Ihr seht jetzt ab sofort nur noch die Bilder von hier, von dieser Kamera und natürlich von der inneren Kamera. Die Kamera, mit der ich jetzt filme, schalte ich während der Fahrt natürlich aus. Das Ganze mache ich natürlich auch nur in einer verkehrsberuhigten Zone. Also man sollte sowas hier auf gar keinen Fall auf der Autobahn oder sonst wo ausprobieren. Wie gesagt, nur da, wo die Kamera auch mal ruhig runterfallen kann und niemand zu Schaden kommt. Ich würde sagen, los geht's. Wir sehen uns drinnen im Auto wieder und ja, oder mehr oder weniger draußen. Aber der Sound kommt von drinnen. So, bis gleich. So, normalerweise solltet ihr mich jetzt schon zumindest hören können. Ich bin hier drin. Wahrscheinlich seht ihr jetzt gar nichts von mir, weil die Scheibe ein bisschen verfärbt ist. Ich schalte jetzt zusätzlich noch die andere Action Cam ein und wir fahren jetzt einfach mal los. Gleichzeitig werde ich euch natürlich zwischendurch noch die Bilder von hier drinnen einspielen und das immer so im Wechsel handhaben. Aber ich finde, das ist einfach eine mega coole Perspektive, weil man einfach auch noch ein bisschen was von der Umgebung sieht. So, ich fahre jetzt mal los. Das ist ganz schön ein komisches Gefühl, jetzt mit der Action Cam auf der Motorhobo hier rumzufahren. Aber ja, das wird schon funktionieren. Leider haben wir hier ein bisschen viele Schlaglöcher. Die Straßen in Duisburg sind nicht die besten und ich hoffe, dass die Kamera da bleibt, wo sie tatsächlich sein soll. Wir fahren jetzt knappe 10 kmh. Es wäre natürlich wesentlich schöner, wenn jetzt hier keine Schlaglöcher wären. Aber ich denke mal, ihr könnt so ein bisschen was von der Umgebung und so wahrnehmen. Ich weiß nicht, ob ihr mich jetzt auch hier drin seht oder ob das zu verspiegelt ist. Auf jeden Fall solltet ihr mich sehr, sehr gut hören. So, jetzt kommt eine kleine Kurve und dann wird auch endlich die Straße ein bisschen besser, sodass wir hoffentlich auch ein bisschen mehr Drive reinbekommen. So, ich gebe jetzt mal ein bisschen Gas. Natürlich immer Safety First, Freunde. Ja, da ist eine Fußgängerin, die guckt jetzt auch schon ziemlich komisch. Die denkt, ich bin von Google Street View oder so. Wir machen jetzt auch hier mal eine kleine Kurve. Fahren hier mal so ein bisschen um die Ecke rum. So, hier ist der Belag natürlich viel, viel schöner. Und hier kann man auch gut fahren. Und wenn die Kamera jetzt runterfallen sollte, dann ist sie auf jeden Fall platt. Ja, aber man hat einfach den Vorteil, man braucht jetzt kein zweites Auto, was vor einem rumfährt und dann Aufnahmen von diesem Auto hier macht. Ja, und es ist auch irgendwie ein cooles Gimmick, finde ich, oder ein cooler Hack, ja, weil man einfach sofort den perfekten Ton von innen hat. Ja, man sieht quasi von außen alles, was ums Auto rum passiert und man hat von innen einen perfekten Ton, als würde man neben mir sitzen und man hat keinerlei Windgeräusche oder sonstiges. Ich denke, das ist wirklich ein richtig cooles Hack. Und ja, normalerweise fällt sowas auch nicht auf, wenn man jetzt so Filme konsumiert und nicht unbedingt darüber nachdenkt, wie so Filme produziert werden. Dann ist das einfach Standard. Und manche von euch werden jetzt vielleicht sagen, ja, Doc, das ist ja überhaupt nichts Neues oder ja, das ist ja jetzt für mich nichts Besonderes. Aber ich finde es einfach cool, weil man kann so natürlich auch richtig cool Vlogs filmen und da auch nochmal so ein, ja, kleines i-Tüpfelchen reinbringen, ja. Es ist einfach nochmal was ganz Besonderes, so ein Auto von außen zu sehen und trotzdem den perfekten Sound von innen wahrnehmen zu können. Ja, jetzt haben wir unsere kleine Runde hier gleich beendet. Und es ist doch auch viel schöner, als wenn ihr mich jetzt nur von innen sehen würdet, ja. Wenn ihr mich von innen sehen würdet, hättet ihr jetzt überhaupt nichts, um euch rum gehabt oder gesehen, wo mein Auto langfährt. Man könnte das Ganze natürlich noch steigern, dass man zusätzlich noch eine Drohne dabei nimmt, ja. Und die vielleicht im Active Track das Auto verfolgen lässt und dann sogar drei, vier Perspektiven macht. Jetzt stellt natürlich mein Handy, ist klar. So, ja, weiter geht's. Wie gesagt, es ist einfach ein super cooles Gimmick und man kann da perfekt mit durch die Gegend fahren. Und zusätzlich wäre es natürlich noch schöner, wenn man da jetzt eine Drohne oder eine andere Perspektive noch dazu nimmt. Man kann natürlich so viele Kameras einbauen, wie man lustig ist und, ja, quasi, was der Platz hergibt. Und am Ende hat man schöne, viele Perspektiven und gleichzeitig einen perfekten Ton. So, ich werde jetzt nochmal parken hier. Und dann bauen wir die Kameras wieder ab und dann bin ich mal später im Schnitt. Ihr werdet es natürlich jetzt sehen, aber auf das ganze Ergebnis gespannt. Bis gleich. Jo, Leute, und dann sind wir auch schon durch mit diesem Video hier zum Osmo Action K-Ton-Hack sozusagen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst auch gerne ein Abo da, um keine weiteren Videos mit dem Doc zu verpassen. Wie gesagt, hier wird es in Zukunft auf jeden Fall noch mehr so Kamera-Hacks, Live-Hacks und so weiter geben. Und seid schon gespannt, wo ich meine Osmo Action als nächstes anbringen werde. Ich habe da nämlich schon eine sehr, sehr gute Idee. Ja, und wenn ihr das erleben wollt, dann aktiviert auch die Glocke. Dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand, wenn ich ein Video raushaue. In diesem Sinne, macht es gut. Schreibt mir auch gerne eure Ideen zu der Osmo Action und wo man die noch anbringen kann in die Kommentare. Ich bin da sehr gespannt drauf und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, macht es gut. Ich bin raus, euer Doc. Ciao, ciao, peace out. Ciao, ciao.